In diesem Projekt haben wir ein Nachfolgeprodukt gesucht, wo man den Raum einfach und schnell bedienen kann. Da ist eigentlich nur das Raumtouch in Frage gekommen. Mit der Zusammenarbeit mit ABB konnten wir eine saubere Kundenlösung erarbeiten. Vor allem in grösseren Räumen, wo es zwei, drei Tasten benötigt, ist das Raumtouch eine perfekte Ergänzung von der Funktionalität und vom Design her. Das Raumtouch mit diesem Design, mit dieser Bedienfreundlichkeit ist sicher einzigartig. Zu der Programmierung ist zu sagen, es ist mit dem neuen DCA-Programmiermodus sehr einfach. Man ist sehr schnell und intuitiv zum Programmieren. Sicherlich die RGB-Steuerung und die Musik-A-Steuerung. Überrascht an diesem Panel haben mich das Design, die Haptik und das ganze Produkt für sich. Da unser Projekt sehr schwierig war, von Planung und Umsetzung sind wir sehr froh gewesen, dass wir eine starke Unterstützung von der ABB hatten. Und dass wir eigentlich wirklich partnerschaftlich dieses Projekt anwickeln konnten. Es ist eine optimale Ergänzung zu der Konics-Installation. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Sendung wurde live untertitelt. Vielen Dank.